Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Hanna im Duo gegen Trio auf der neuen Map unterwegs und wir hatten eine super, super spannende und aufregende Runde, die ich will nicht so viel verraten. Aber bevor es losgeht, denkt an mein Turnier, was am Samstag wieder stattfindet. Ab 20 Uhr einfach meinen Stream gucken, 1049.de, wie hier auf YouTube heiße ich da. Und dann könnt ihr mitmachen. Ihr könnt im Solo mitmachen, könnt im Duo mitmachen, aber auch im Trio. Ab 20 Uhr erkläre ich dann alles, beziehungsweise ab 19.45 Uhr erkläre ich schon alles. Fängt ja gar nicht um 20 Uhr an. Ab 20 Uhr fängt das Turnier an. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Runde. Würde mich über einen Kommentarfenalgorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Macht rein viel Spaß. Ach Grillern. Wenn das klappt, das wird lustig. Was ist das denn? Man hat vier Schuss normale Pumpen-Money dabei und acht Schuss, ähm, Special? Das ist ja strange. Was ist denn da in der Special-Money hast du denn drin? Ähm, ähm, Penny Shot oder so? Ist das bei Penny Shot vielleicht so? Ich weiß es nicht. Weil es nicht so viel Schaden macht? Penny Shot macht schon gut Schaden. Hm. Deswegen habe ich es ja mitgenommen, dass es mehr Schaden macht. Problem bei Penny Shot ist, kannst du halt nicht durch die Wände schießen, ne? Hm. Ich habe übrigens vier von vier, ne? Ah, okay. Ich habe null von vier. Ja, du bist ja auch im Mond, ne? Ja. Standing? Okay, ja. Hast du den Hobbit gesehen? Ähm, leider. Leider? Ja. Rot. Rot, rot, rot. Der Boss oder der Kno? Der Boss. Also, die sind nicht hier in der Nähe, sonst wird der Hobbit hier leuchten. Äh, Knappi leuchten. Die sind auf der anderen Seite. Mhm. Ich stelle mal eine Falle hier an. Stepst du? Nee, die steppen. Im Haus. Und im Matsch. Ja. Hab ich ihn auch? Ja. Sehr gut. Der war oben. Danke. Ich weiß nicht, wo oben. An dem Fenster war ich da kaputt geschossen. Die Schüsse sind aber drinnen. Also hier, oder? Machen die Spinne. Ja, ja, ja. Da, da ist das Fenster da. Hat ich den gekillt. Aber, äh, kann das jetzt schon gehoben sein, ne? Der ist schon gehoben. Safe. Schuss auf mich? Also, der ist halt jetzt wieder voll, das müssen eigentlich. An der Öffnung. Diese Öffnung. Wie geht das mit dem Hobbit nicht durch den Kopf? Leider hab ich nicht gesehen. Ach! Ich hör und seh die nicht mehr. Oh. ja mal den ausgang richtung mine wir sollten dazu machen ja dann lass doch einmal rumlaufen andere bus das wäre ein zombie man denn da hoch glaube ich bin mir unsicher könnte ein anderes team sein die kommen ich glaube hier oben drin hinten dran ja wusste dass ich hier sitze zu zweit wie viel schaden habe ich gekriegt bitte ach du scheiße einer läuft rechts rum die die ich sehe ihn nicht ich halte mich der negro ist bestimmt was macht man hat einen rückenschuss der muss ich erst mal heilen gut Was ist denn? Oh, mein Gott. Er ist in der Hüpfelkasse. Was ist eigentlich weiß? Magst du mich nekronen? Nur wenn du willst. Habt man nicht geguckt. 100 Leben. Ich seh ihn nicht. Am Turm. Link, nichts davon. Hügel, hier. Weiter unten. Tin! Oh Mann ey. Raus. Nice. Puh. Die anderen haben nicht aufgenommen, ne? Ah doch, sie haben aufgenommen. Uns haben nicht aufgenommen. Hm, das sind die glaube ich. Ja. Oh, der hat einen Sniper hier. So, und wo liegt Kaki jetzt hier hinten? Dankeschön, hat Hannah sensationell gemacht. Ja, du hast den noch geholt jetzt. Ja, ja, aber davor hast du die anderen zwei geholt. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah. Ach guck mal, der hat auch ne Dings, ne? Ah, der hat auch ne Sniper. Ach Gottchen. ne Uppercut hatte der, ne? Ja, ja, ja. Darf ich den nehmen? Und wenn du jetzt noch... Ich hab dann halt nix für einen Nahkampf, ne? Naja, komm. Wie du magst. Ist halt überhaupt die Frage, ob wir die anderen noch... Ah, ich hab nachgeladen. Ja gut, wir können auch rausgehen hier. Was machen die denn? Die sind noch unten. Die sind noch unten. Die Karte noch. Hey, das steht mitten im Öl. Du hast es ausgelöst, aber das Öl fängt kein Feuer aus. Was ist denn das denn grad? Sollte aber eigentlich. Ja. Tatsache. Deswegen hat das da reingestellt. Ja. Oder wollen wir die noch wegsnipern? Wenn keiner aufnimmt. Wenn keiner aufnimmt, dann kommen die bestimmt... Komm, wir gehen runter ohne Bounty, oder? Ja. Ich hab halt nur noch 75, ne? Also 1.000 Stimme weg. Ach so. Ja gut, dann bleiben wir auf Entfernung, okay? Ja. Aber wir können auch raus. Du entscheidest. Komm, lass die Wechsel ran. Okay. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Du hast ja viel von dir gehabt, bei dir passiert irgendwas. Eigentlich wundert es mich, dass ich so lange überlebt hab bei dem letzten da. Weil... Als ich nachgeladen hab, hab ich hinter so einem beschissen dünnen Baum gestanden. Und dann hab ich nicht getroffen. Ich glaub, der musste zu ihm nicht auch nachfahren, so wie ich. So, lass mal gucken. Also wir müssten ja noch fighten. Oh, jetzt haben wir's wahrscheinlich Nahkampf, so wie ich das anhöre. Oh, jetzt haben wir's wahrscheinlich Nahkampf, so wie ich das anhöre. Ähm, Hanna, ich trappe... Ich höre Steps vor uns. Ja, Dito. Wir sind Raben im Scheiße. Hier vorne läuft einer. Ich seh nicht. Hab ihn. Schön. Der Pleppy wurde ihm zum Verhängnis dem armen Kerl. Wollte er den erholen, oder? Ja, ja. Im Kampf niemals. Nein, ich dachte, er läuft hoch. Ich dachte, er ist kurz gesund. Da unten, gell? Ja. Er ist nach links oben gelaufen. Jo, war ich nicht drauf? M-mh. Oben? Ja. Es kann sein, dass die den Neck ruhen, ne? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, da ist ein Schuss eingeschlagen. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Silencer. Warte mal! 72 Meter bei mir. Der sitzt vorne auf dem Ding. Ich hab keine Jokes dabei. Ist gut. Okay, jetzt darf ich nicht mehr sterben. Geh ganz weit weg. Anna, ich strap mal den Ausgang. Mhm. Komm mit dir. Ach Gott, der andere Ausgang ist bei Kicksack oder bei Pearl. Mhm. Ja. Ja. Ähm. Hier hinter ist ne Trap. Nicht da über den Zaun hüpfen. Mhm. Weißt du, was das kippe ist? Mhm. Also krieg ich eh nur 50 Leben, man. Kannst du dich jetzt fallen. Hm. Sensationell. Oh, scheiße. Das lässt sich halt richtig schlecht tracken hier. Jetzt muss ich das hinstellen. Einfach hier hin. Ja. Ich stell dir nochmal einen ins Maisfeld. Hier siehst du fast gar nicht. Das ist richtig eklig. Pass auf, pass auf, da. Direkt vor dir. Hm. See. Hanna hab ich noch. Die fighten aber lange, ne? Ja. Kennst du das alte HB-Männchen aus... Ey, wer kennt denn das nicht? Hanna kennt's bestimmt nicht, oder? Ja. Hi und Ayman! Ich trag dich gleich ein. Ja, die müssten den Typ schon wieder gehoben haben. Hm, ja. Meine Mama hat früher immer gesagt, ich wäre wie das HB-Männchen. War immer zu hyperaktiv. Das kriegt irgendwie jedes Kind gesagt, glaube ich. Er war aber außerhalb der, der mich erschossen hat, ne? Ehrlich? Ja, so wie ich gelegen hab. Ich meine nicht. Weil ich hab mit den Füßen Richtung... ...irgendwo Richtung Plöcke oder so gelegen. Und rennt's jetzt? Moment, was? Nein, er ist jetzt erst aufgestanden, Jan. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab verkackt. Ich dachte, er rennt hoch, aber er ist runtergelaufen. Ach, Mann. Oder er ist dann nochmal gestorben. Das kann natürlich auch sein. Ach, wie ärgerlich. Geht's hier in Seven Sisters mal irgendwo oben drauf. Hm. Ich sehe einen. Mann. Du alter Kackbock. Kannst du Pinguo? Ähm, ne. Der ist weggelaufen. Der ist nach rechts gelaufen. Okay, also Richtung Süden quasi. Mit Spitzharmonie wär das einfach gewesen. Hm. Ich seh halt gar keinen mehr, ne. Keine Ahnung, wo hier irgendwer hingelaufen ist. Ich lauf grad so ein bisschen rum. Oh, hier liegt ne Winnie. Da eigentlich drauf. Ist die Bounty noch drin, ja, ne? Ja. Moment mal, die bewegen sich aber. Die sind drin. Die sind drin. Was ist denn das? Scheiße, ich ärgere mich, dass ich die Pumpe nicht mitgenommen hab. Hm. Hm. Bist du komplett ran? Nee. Bin noch weiter hinten. Aber man hört auch nix mehr, ne? Oh, jetzt. War das bei dir auf der Seite? Ja, ne? Keine Ahnung, das hat sich in deine Richtung angehört. Ich bin zu weit weg, um das einordnen zu können. Ich dachte, du siehst das vielleicht, das Feuer. Hm, hm. Leider nein. Muss irgendwo innen gewesen sein. Ich geh ran. Wenn ich sterbe, lass mich liegen. Alles gut. Oh, ich hasse diese Aussage. Bitte. Bitte noch ne Flash. Teddy. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf meiner Seite was gehört hab, aber außen. Hm. Hier schlägt einer. Bei mir? Ja, und hier ist gechokt. Das eine ist auf jeden Fall tot, den die retten wollen. ist das innen? Ne, außen. Unten, drinnen. Im Tunnel. Das ist super. Wir kämpfen im Tunnel. Einen hab ich. Hit? Im Tunnel? Nice. Oh, da kommt noch einer von außerhalb oben. Diese Schräge darunter. Ich hör hier noch einen. Mhm. Oh, einer macht die Dings auf. Der fährt mit dem Aufzug hoch. Ah, okay. Der fährt mit dem Aufzug hoch. Ah, okay. Die pushen mich. Kannst du weg? Weiß noch nicht. Das sieht nicht gut aus. Ich lauf nach hinten. Das ist mindestens sind das zwei Mann. Hm. Die laufen hoch. Der Typ ist tot. Die gehen zu unserer Bounty. Lass uns hinterher. Ja. Das wär übel, wenn die unsere Bounty jetzt nehmen und abbauen. Schuss auf mich. Von wo? Keine Ahnung. Nee. Die sind schon weiter, ne? Die sind nicht im Dings. Die sind schon zwischen Weeping und Moses. Boah, was denn? Haben die die Speed genommen oder was? Sind sie schnell? Das Ding ist, dass der eine jetzt schon mindestens zweimal tot war und deswegen sind die weggelaufen. Ja. Nein, bitte lass sie nicht unsere Bounty nehmen. Kann man direkt raus gehen, ne? Ich kann direkt raus gehen. Ah! Spürz! das war viel weiter rechts das ist denn ich gehe bei der linksrichtung ausgang das war unsere schwerverdiente bounty hier liegt ein pferd ich nehme an dass das eben gewirrt hat im compound sind ich gucke dass ich mich bei der oberhalb hinsetzer richtung ausgang ein habe ich weiß die churken wo unten ist noch einer ganz schlecht was was das denn wieso hat er denn nicht connected was nur der schocken lässt du wieder autos lebt wieder im haus ja im haus ja der war voll drauf der letzte zu hoch kann sein also könnt ihr mal klippen ich glaube einer ist draußen die versuchen jetzt was weißt du noch wo der gelegen hat am turm am stein hier vorne hallo glaube ich oder ein zweiter und lag kannst du mal hier oben das fenster abnehmen ja ich weiß nicht mehr wo er lag ich habe ihn oh ich sehe ganz schlecht in dem fenster beeil dich auf jeden fall ja deine pumpe ist nicht da hast du die bei dem getauscht oder bei dem anderen ja ja ich habe sie ich gehe ran wir haben keine zeit mehr noch 10 minuten hier vorne ist draußen die laufen ich würde sagen wir wissen wo der ein ghost ist oh einer ist weit links bei dir der andere ist viel weiter rechts die haben halt einen ausgang da ne die laufen nach pearl glaube ich das ist ein zombie ja ja sag ja die haben einen ausgang da der andere ist so weit rechts du stehst nicht nein er ist weg ich sehe nicht du bist viel weiter oben als ich was macht denn der da hinten jetzt ähm die haben sich komplett aufgesplittet ja hä kannst du mal pingen nein ich kann nicht mann hannah ich hätte ihm einen headshot geben können ich konnte nicht pingen sonst wären die weg gewesen die waren beide dann über alle berge ja also zweit ja ja dann lass einfach mal weiter gehen moonn ärgert mich das aber wo ist denn der andere hin das gibt es doch gar nicht der ist irgendwo bei Wien gegen das ist meine kaufmann ja der ist bei moses der andere ausgerechnet der der lolo war der ist jetzt bei moses der ist jetzt bei moses kriegen wir nicht mehr hannah ja scheiße oh weil der ausgang ist schon eklig sind die schon am ausgang ne ich glaube nicht ne ich glaube nicht vom goldener schossil die sind kurz davor die sind kurz davor da war nicht drin glaub ich war nicht drin glaub ich hat keine ausdauer mehr ich bin so langsam hinterm schiff ich sehe die nicht mehr das haben die gut gemacht kriegen wir auch nicht aufgehalten schesse hmmmm oi oi ach mann aber man muss sich ja auch mal kritisch äußern trotzdem haben wir sieben kills gemacht speicher mal deine kills bitte ich will mir das selbst halt nochmal angucken ok oben ja super super ärgerlich ähm aber mega spannende runde wie ich fand ähm hat hannah am anfang sensationell gemacht dass sie ähm da oben die zwei leute weg geholt hat richtig richtig stark und auch richtig richtig lucky auch dass die die ähm da nicht geholt haben aber ähm ja es hat sich dann doch gerecht dass ich die ähm uppercut liegen gelassen habe wäre ich da nicht rumgemoved wären sie vielleicht da links nicht weggelaufen ah super super ärgerlich und oben der ähm im haus das war für mich ein ganz 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 klarer Headshot und das hat irgendwie nicht connectet das habe ich in letzter Zeit leider sehr sehr oft unten beim vor hatte ich auch schon mal so eine Situation aber da war ich tatsächlich vorbei da habe ich mir das nochmal angeguckt aber oben müsste ich eigentlich drauf gewesen sein und ja ganz ganz komisch und dann super ärgerlich dann sind die nach hinten weggelaufen und ich schieße ihm in den Rücken und treffe ihn leider kein zweites Mal ich wollte nicht ihm in den Kopf schießen ich hätte höher ziehen müssen aber ich dachte okay ähm der muss noch ein Stück rennen dann schießt die ihm in den Rücken und dann schießt die ihm nochmal in den Rücken aber dann ist er leider hinter der Ecke verschwunden ja sehr ärgerlich ich hoffe die Runde hat euch trotz dem blöden Ende gefallen ähm denkt an mein TeamSpeak das ist unten verlinkt genauso wie Game.de die haben wir das extra für euch zur Verfügung gestellt könnt ihr jederzeit nutzen könnt auch Game.de gerne mal besuchen gerade wenn ihr selber TeamSpeak Mumble Rootserver, Gameserver, Webserver etc. sucht seid an einer super Adresse ähm heute Mittag ab 14 Uhr bin ich wieder on auf Twitch wenn ihr Bock habt würde mich sehr sehr freuen euch zu sehen und jetzt wünsche ich euch einen ganz ganz tollen Tag haut rein, tschüss! bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal